Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit Medi-Man gleich. So, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Da haben wir die Eiskönigin. Die sehen natürlich mal mega nice aus. Lass uns die mal genau anschauen. Absoluter Oberknüller. Er kriegt von mir 10 von 10. Ups, da rull ich jetzt eigentlich nicht drauf. Hier, ganz weiß. Wow. Wow. Mega, mega nice. 10 von 10 für die Eiskönigin. So. Wie habt ihr sie benotet? Schauen wir mal hier rein. Da ist es. 4,33 von 5. So. Weiter geht's. Dann haben wir hier den Eisbringer. Mega geile Ficke. 10 von 10. Der Eisbringer. 4,8 von 5 bei 6 Votes. Auch hier geile Preview-Styles. Ja. So, dann ist der Magnus zurück. Der Wikinger. Magnus. Sieht auf jeden Fall nice aus. Aber ist für mich nicht so geil wie der Ragnarok. kriegt von mir 6, 7 von 10. 6 von 10. So. Schauen wir mal bei Magnus. Wie sieht's da aus? 3,65 von 5,48 Votes. Okay. So. Der 4-Bearer. Sieht natürlich schon cool aus. 7 von 10 für den 4-Bearer. 3 von 5. Und dann sind wir hier auch schon soweit durch. Dann haben wir das Reanimated. 9 von 10 für Reanimated von mir. 4,16 von 5 bei 25 Votes. Glowstick. 4 von 10 für den Glowstick. Finde ich nicht so toll. So. 4,17 von 5 bei 18 Votes. Der Renegade. 5 von 10. Für den Renegade von mir. 3,31 von 5. Bei 2 manchmal. Igel. 7 von 10 für den Igel. 3,33 von 5. Und dann haben wir noch den Whip-Lash. 6,7 von 10 für den Whip-Lash. 4,02 von 5 bei 43 Votes. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben. Schreibt was in den Kommentaren. Abonniert den Kanal. Schreibt es uns mal wieder an, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop. Bis dann und tschüss. Tschüss.